Das Leben ist scheiße ohne Job. Das Geld vom Arbeitsamt reicht auch. Ist auch nicht sicher. Ist aber eigentlich auch recht lukrativ, alte, schwache Leute auszunehmen. Das Leben ist scheiße. Das Leben ist scheiße. Das Leben ist scheiße. Für einen schönen Käschen oder so? Auf den Käschen. Ich mach das noch mal in Führerscheibe. Die klingelt. Geh' an, mal los. Ich glaub' ich nicht. So, das ist mal los. Hat der Herr Kramer schon eingebaut? Er hatte noch nie... So, das ist unser Kmalo. Wurde sag ich, wir haben es geschafft, ja? Ja! Ja, ordentlich ist es. Guten Tag, ja. Achso, Herr Kramer, Sie sind es. Guten Tag. Da werden ja die anderen ganz schön enttäuscht sein. Oh Gott. Na gut, auf Wiederhören. Ja, sicher, sicher. Was hast du viel Scheiße gebaut? Wie viel Mal hat die zusammengeblägt? Das ist ja so ein Kreuznitzel. Hast du das denn mit dem wieder gemacht? Sag mal, der ist... Schlecht nicht, aber... Außerdem hast du dich nach oben durchgebundet. Ach, das so und so. Wie viel Mal hat man dich schon irgendwie... Ach, Schleffchen. Ich will den Scheiß auch nicht auf dir. Ach, Herr Kramer. Ich bin jetzt wieder. Ich sehe das Game-Up. Es ist schon scheiße eine Arbeit hier. Hoffentlich reicht's Geld für den nächste. Scheiße, kein Geld mehr drauf. Geht's. 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 Was ist denn, was siehst du denn? Ich hoffe, ich weiß, was er will. Hey! Halt! Schnell rein! Seid gefeiert! Sauhunde! Ja, hallo Clemens. Hat der gestern Gott geklappt mit dem Auto, wa? Ist ja ein geniales Geschoss. Irgends, die Pistole hat er... ...danker. Ich schlappe ein. Ergends. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017